Hi, viele haben mich gefragt, was ich zurzeit so mache, was ich für dieses Jahr noch plane. Jetzt habe ich ein kurzes Update. Ich bin hier zurzeit gerade in Urlaub in Spanien und denke immer noch in neuen Projekte nach. Unter anderem launche ich dieses Jahr noch ein E-Book, wie ihr eure Seite verbessern könnt und was ich in meinen 14 Jahren als Webmaster und Webentwickler gelernt habe und wie ihr bessere Seiten bauen könnt. Meldet euch jetzt schon mal vorab kostenlos auf der Mailingliste website-tricks.de an. Dort schicke ich euch regelmäßige kostenlose Updates, was ihr an anderen Seiten verbessern könnt.